nicht ganz ungefährlich so ein nacht lager ja was haben wir gemacht ja was möchte ich denn noch erleben ich möchte mlt mal live sehen mltr ist eine meiner lieblings bands die andere band nämlich black morse night die habe ich schon mal live gesehen und mlta noch nicht eine dänische band mit soft rock und die macht also wirklich ganz tolle musik ist deutschland gar nicht so bekannt in asien dafür umso mehr jetzt wisst ihr auch wie ich darauf kommen bin dass auf diese gruppe nämlich über asien so da wartet da bis ich darunter falle der grieber sind wir denn hier nicht bald durch mit doch das sieht jetzt so aus jetzt hat er mich gesehen na gut dann hast du mich eben gesehen das wird dir aber auch nicht viel helfen denn ich werde mich jetzt hier wieder hoch bauen das heißt erstmal mache ich die da weg da unten so hier bauen wir uns wieder hoch und Okay. so ist ist so jetzt wollen wir das ganze mal hier abkloppen und jetzt müsste der wasserfall hier dann das schön runter stürzen so gucken wir uns das mal an von hier irgendwie von so einer ecke ja stürzt also schon runter da stürzte auch hier ist wieder so ein doch im wasser ja das sind leider so bugs da kann ich auch nichts zu also aber auf jeden fall haben wir hier schon mal die gartenanlage so was haben wir hier jetzt das ding steht dann natürlich auch sehr geschickt war gut dann werden wir hier mal weiter bauen die gartenanlage hier können wir dann ein weg hin machen so hier können wir ein paar bäumchen hinsetzen und zwar werde ich wieder ähnliche bäume machen wie ich hinten das sieht doch schon mal ganz nett aus da noch so zum habe ich auch wieder auf z geschaltet was hat der übrigens da oben auf dem dach gebaut ach da hat der kessel dran gesetzt hat diese wasserkessel luigi fan das habe ich noch gar nicht gemerkt gut so dann bauen wir hier mal bäumchen hin sonne steht da oben ok bäumchen mal hier so ein baum und dann 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 gut das machen wir erst mal ja weiter so da hier so eine art zypressen hin aber da was gemerkt ist leckt nix nimmt also mit 60 frames per seconds auf in stetiger stetig 60 frames und das ist sehr schön mir geht es gut danke und dir und ist ein schulter ja so wo haben wir noch am meisten davon immer mal erde um uns hier hoch zu bauen denn wir wollen hier den 3 4 da so ein bisschen künstliche bäume machen mir geht es gut das habe ich doch schon so oft gesagt ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich ja so und da sind die schönen bäumchen ja wie geht es dir wunderbar vielleicht sehen sie noch ich muss mal gucken wie das aussieht hier wenn die noch ein länger sind ja ich glaube wir machen das so dass es sieht dann ein bisschen hübscher aus und dann haben wir noch ein paar reste vielleicht noch einen weiteren baumstamm aufs ach da ist er da reingefallen na gut okay das sind also künstliche bäume nach der art von keralis habe ich ja da hinten auch auf dem haus verbaut da sieht man sie noch am rande auf der terrasse hier sind sie ein bisschen größer geraten so 12 12 134 es ist wirklich zum mäuse merken genau an der stelle wo der baum muss so warum habe ich gerade so gewackelt ich muss genießen das habe ich natürlich aus dem oder city raus gelöscht damit ihr euch nicht erschreckt so gut hier könnt ihr weg und da wird es auch schon wieder dunkel ich gucke mal was ich hier von mitnehmen kann oder was ich hier rein tun kann und hier wieder raus tun kann und wieder rein tun kann wieder raus das kann auch rein bisschen erde nehmen wir doch durchaus mal mit okay legen wir uns immerhin heute ist ein schöner tag und es wird eine rohe nacht auch wenn wir uns immerhin jetzt die 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 die